Also, warte, ich muss dir das Mikro kurz einrichten. Willkommen bei Antenne Höhlenschlund. Mit Sandra und Stefan. Zander? Oh, he's the deadest man in Dedonia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Höhlenschlund. Hallo, Sandra. Hallo. Kannst du dich erinnern, wo das Zitat vorkam? Ähm, ich glaube, ja. Also, es sagt Buffy, oder? Ja, es sagt Buffy, genau. Weil Sander was erzählt hat, was nicht so gut war zu erzählen. Und wir haben es ja letzte Woche schon angeteast, heute wird es nochmal ausgearbeitet. Sander, der sich gerne mal verplappert. Ja, naja, wobei, da kann man es ihm auch nicht so übel nehmen, finde ich. Aber da kann man dann nochmal, ja. Herrlich. Wie geht es dir heute? Ähm, ja. Also, ich bin... Ist ja ein komplett anderer Tag als letzte Woche. Weißt du, jetzt wollte ich es durchziehen, aber ich wollte sagen, ich bin wach. Ich sitze auf einem bequemen Schreibtischstuhl und draußen scheint mittlerweile die Sonne. Der Wind hat aufgehört in der letzten Woche. Ja, im Verlauf der letzten Woche habe ich den Wind hinter mir lassen können, großteilig. Ähm, ja, wie auch immer. Gut, das wird nur noch peinlich. Lass uns mit der Folge starten. Ja, ja, bitte. Ähm, wir sprechen heute über die 20. Folge der vierten Staffel Buffy im Band der Dämonen. Danach sind es nur noch zwei Folgen, dann haben wir es mal wieder durch. Die Folge hieß, und jetzt halte ich fest, hältst du dich fest. Warte. Die Folge hieß The Yoko Factor, lief am 9.05.2000 in den USA und im Deutschen hieß sie Der Yoko Faktor und lief am 16.05.2001 in Deutschland. Ich würde gerne so einen Engelschor einspielen an dieser Stelle. Mehr kriegt man nicht. Sonst werden wir den gefleckt. Ja, also das erfreut mich natürlich äußerst sehr. Du als Jungspund, verstehst du, was mit dem Yoko Factor gemeint ist? Die Beatles und Yoko Ono. Genau, der bis heute unterstellt wird, sie hätte die Beatles getrennt. Diese Piep, Piep. Konnte mich nicht entscheiden, welches Schimpfwort ich nehmen soll. Ich vergesse leider immer, mit welchem Beatle die zusammen war. War das John Lennon? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch John Lennon im Kopf. Aber das möchte ich, Angabe ohne Gewehr. John Lennon war auch der Typ, der erschossen wurde auf der Straße vor dem Hotel, neben Yoko, glaube ich. Ja, dann werden es die zwei schon gewesen sein, ja. Kann sein. Naja, auf jeden Fall, genau, das ist damit gemeint, der Yoko Factor. Dass den, also Spike spielt Yoko und bringt die Beatles, die Scoobies auseinander. Oh Mann ey. Okay, Regie. Mit Supi. Führte David Grossman. Und Drehbuch schrieb Douglas Petrie. Den Namen habe ich auch schon öfter gehört. Ja, 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 der hat schon ein, zwei Sätze geschrieben in dieser Serie. Wow. Und wow ist das richtige Stichwort, denn wow, was ist alles krass, dass die letzten Folgen passiert. Ich wäre ja angepisst, wenn ich das alles verpasst hätte. Okay. Und vor allem, was bei Angel passiert ist. Klare Ansage von Angel gegenüber Buffy. Das ist jetzt leider ein kleiner Spoiler für die, die die Angel-Folgen nicht gesehen haben. Zieht sie euch rein, sie sind bei Disney Plus zu sehen. Und dann kommt er zurück zu unserem Podcast, weil da gab es eine heftige Ansage. Buffy, das ist jetzt meine Serie hier und du hast hier gar nichts zu melden. Zieh ab. War stark. Ja, war schon recht Meta, ne? Also, die Unterhaltung hat ja noch eine Ebene drüber gehabt. Das gehört mir, geh weg. Und das hat ja jetzt auch Auswirkungen auf diese Folge hier, deswegen mussten wir es erwähnen. Aber wir starten erst mal in der Initiative. Wir sehen Colonel McNamara, wir haben ihn letzte Woche schon gesehen, aber dessen Schauspieler habe ich letzte Woche leider gar nicht beleuchtet. Und für alle, die innerlich mit den Augen rollen, wenn das passiert, los geht's. Ja, wir haben Colonel McNamara und der wird gespielt von einem Mann namens Conor O'Farrell. Seines Zeichens Schauspieler, Autor und Regisseur, seit 1989 im Business. Und im Grunde in jeder namhaften Crime- und Mystery-Serie von Gastauftritt bis wiederkehrende Rolle alles dabei gewesen. Aha, witzig. Wahrscheinlich am bekanntesten in seiner Rolle bei CSI Vegas, da schon über mehrere Jahre auch dabei. Okay. Gut, kommen wir zurück zur Folge. Toll. Oder? Toll für ihn. Schön, schön. Der Colonel muss Bericht erstatten und wie es um das Projekt Initiative aussieht sozusagen. Er skypt wohl mit einem hohen Tier in Washington, D.C. Und alles läuft nicht so pralle. Riley wird erwähnt, man hatte wohl große Stücke auf ihn gesetzt, beziehungsweise war er eine große Investition. Und deswegen will man ihn wiederhaben. Buffy wird auch erwähnt und vom Colonel grandios unterschätzt, sie sei nur ein Mädchen. Natürlich. Schnitt, Spike in Adams Zentrale erklärt, dass Buffy nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Und sie hat wohl bisher jeden Plan von Spike vereitelt und Adam prophezeit, also er prophezeit Adam das Gleiche. Ja, ist auch schon echt so ein bisschen ein gebranntes Kind, ne? Schon, schon. Das hat nie funktioniert. Mein Plan hätte funktioniert, wären nicht diese formaldeiten Kids gewesen. Ja. Auf diesen Zuspruch unseres Blondiebärs headbangen wir erst mal. Stimmt. Und danach geht es weiter mit Adam und Spike. Spike kennt sich sozusagen mit Jägerin aus. Er hat schließlich schon zwei getötet oder wie er sagt, yep, I killed the hell out of them. Mag ich sehr. Und jetzt geht es also herauszufinden, warum er bei Buffy noch nicht so erfolgreich war. Ja. Zur Zeit ist es auf jeden Fall der Chip, aber vorher, Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm, mhm. Adam hält noch eine seiner berühmten motivierenden Ansprachen und selbst Spike wird da ein wenig feucht. Ja. Wow. Genau. Und er vergleicht ihn mit Tony Robbins. Ja, wer ist das? Und natürlich musste ich mal nachschlagen, wer das ist. Ja. Anthony Robbins, seines Zeichens Bestsellerautor über Themen wie Erfolg, Neurolinguistisches Programmieren und Neuro-Assoziative Konditionierung. Also quasi gehobendere Ausdrücke für Motivationscoaching. Okay. Ja gut, na dann passt der Name. Genau. Zurück zum Plan, die Jägerin auszuschalten, beziehungsweise in Adams Ziel einzufügen. Man weiß ja noch nicht ganz, was er da eigentlich vorhat, ne? Spike erwähnt die Scoobys, die immer da sind, um Buffy aus der Bredouille zu helfen. Und Adam so, na dann schaff ihre Freundinnen aus dem Weg. Mhm. Und das klingt so, das klingt so simpel, ne? Dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, so, ach so, ich muss die erstmal wegschaffen, bevor ich, ach na ja. Ja. Und Spike so, na wunderbar, so machen wir es. Dann ist sie chancenlos und pissig. Und davon bekomme ich nie genug. Das ist schon, also Spike, ja, ja. Und wir haben ja schon gesehen, Spike hat bewiesen, dass er weiß, welche Knöpfe er drücken muss bei verschiedensten Leuten. Und darauf freue ich mich jetzt in der kommenden Folge sehr. Wir sind dann erstmal in Buffys WG-Zimmer. Und Buffy kommt heim, wahrscheinlich gerade aus L.A. Das war halt eine krasse Ansage, muss man gesehen haben. Sie wirkt niedergeschlagen und Willow ist nicht da, der sie ihr Herz ausschütten könnte. Also legt sie sich betröppelt ins Bett. Wir sind dann in der Sunnydale High. Und Riley campiert noch immer dort. Xander bringt ihm Kleidung und Verpflegung, über die sich Riley prompt lustig macht. Ja. Mit den viel zu weiten Hosen und ob das einem Clown gehört. Sie reden über Buffy, ob sie schon zurück aus L.A. sei, sie habe sich noch nicht gemeldet. Und natürlich kommt Angel zur Sprache. Und da tritt man ja bei Xander offene Türen ein. Ja, ja. Und zwar hat wohl Buffy von Angelus erzielt, aber nicht wie Angel zu Angelus wurde. Aber Xander ist doch da und der kann die Wissenslücke füllen. Und da Riley sowieso gerade mal wieder eine Krise hat, ist sein Ego auch dann gleich noch mehr angekratzt. Und er geht vom Schlimmsten aus eben, dass Buffy in L.A. mit Angel in der Kiste gelandet ist. Weil Xander eben halt auch solche Gedanken einpflanzt. Aber zu Xanders Verteidigung, als er merkt, was er angerichtet hat, versucht er die Wogen zu glätten. Ja, also wie gesagt, das hatte ich jetzt irgendwann, glaube ich, schon, ach, am Anfang hatte ich es ja angedeutet, sodass ich ihn jetzt nicht so, ich meine, er hat ja nichts Schlimmes anrichten wollen, so. Und er sagt ja dann auch, das war ja, ist ja, wie, es ist in der Vergangenheit und da ist krass drüber gewachsen oder irgendwie sowas. Es ist nicht mehr wichtig, so. Und versucht das dann ja irgendwie gerade zu rücken. Aber Riley ist halt, na ja, ein bisschen bedröppelt. Wie so ein kleiner, trauriger Welpe. Aber man muss auch dazu sagen, dass Buffy eben den Teil mit dem Sex und dem Moment puren Glücks ausgelassen hat, hilft halt auch nicht. Also das würde mich auch stutzig machen. Warum lässt sie das halt aus, ne? Aber erst mal weg von den beiden Jungs. Grooven wir rüber zu Giles Wohnung. Grooven ist das richtige Wort in der Folge, Alter. Und jetzt wird Anthony Hatz' Gesangstalent aber richtig ausgeschlachtet. Wir sehen nämlich Giles, wie er uns ein feines Akustik-Cover von Freebird von Lynyrd Skinner präsentiert. Wundervoll. Und Leute, wer Lynyrd Skinner nicht kennt, Schande auf dein Haupt, hier ein kurzer Abriss. Wir sind ja schließlich ein Radiosender, auch als Radiosender, auch ein Dienstleister. Lynyrd Skinner ist eine US-Band und eine der wichtigsten Vertreter der 70er-Sau von Rock. Und die bekanntesten Songs sind Freebird von 1973, Simple Man von 1973 und vor allem Sweet Home Alabama von 1974. Was in Memes jetzt missbraucht wird. Das stimmt, das stimmt. Lynyrd Skinner zeichnet sich aus durch eine Mischung aus Rock, Blues, Rock und Country. Und die Texte behandeln Südstaaten-Themen. Weitere Informationen gibt es auf Wikipedia und in einschlägigen Dokus auf YouTube. Gute Band. Ja, es ist eine supergute Band. Zurück zu Giles und der Zweisamkeit mit seiner Gitarre. Ja. Die ist gleich vorbei. Hier spielte sie tatsächlich selbst, nicht wie in der Sexmonster-Folge. Da wurde das Gitarrenspiel drübergelegt. Hier spielt Anthony Hatz die Gitarre auch selbst. Das ist gut. Und wir wären nicht bei Buffy, wenn dieser Moment nicht komödiantisch gebrochen werden würde. Denn Spike steht mal wieder unangekündigt im Raum und Giles erschrickt sich und ihm entfernt ein etwas zu schriller Ton. Nein, gar nicht. Und ich würde behaupten, in der ganzen Folge kann Anthony Hatz erst mal schön wieder sein Comedy-Potenzial ausschöpfen. Das wird ja zum Schluss noch richtig geil. Was noch kommt, Alter. Ey, mega. Aber, na ja. So, Spike tut das, was er mit Adam besprochen hat. Er triggert Giles Minderwertigkeitskomplexe, indem er unterstellt, dass er für Buffy schon lange nicht mehr die Autoritätsperson ist wie früher. Und hinzu kommt seine monatelange Arbeitslosigkeit. Richtig eklig finde ich irgendwie, wie er sich diesen vergessenen Blutbeutel aus dem Kühlschrank fischt, ihn in die Zunge aufreißt, in eine Tasse füllt und das Blut spritzt wahrscheinlich überall hin, weil er den Beutel auch so ins Waschbecken schmeißt. Ich finde es irgendwie witzig, dass er immer noch, also dass Giles immer noch so einen Beutel da im Kühlschrank hat. Weil eigentlich ist ja Spike mit, also schon... Ausgezogen. Also hat gesagt, ich verpiss mich jetzt, weil ich brauche hier keinen Babysitter so und das Ego war angekratzt. Und Giles hat sich gedacht, ja gut, wenn er mal wieder vorbeikommt, dann kann er das halt noch... Ja, wahrscheinlich hat er es aus strategischen Gründen aufgehoben, um ihn mal damit bezahlen zu können oder keine Ahnung. Aber vielleicht auch aus nostalgischen Gründen, um sich immer mal wieder an die WG-Zeit mit William, dem Unblutigen, erinnern zu können. Wer weiß, die hatten vielleicht schon mal einen guten Abend sozusagen, haben sich beide betrunken und haben sich so ein bisschen was erzählt, ein bisschen Mucke gehört. Das passt schon. Bestimmt. Ich find's auch super gespielt von Tony Head, denn sobald Ruperts Knöpfe richtig gedrückt wurden, greift er es sofort zum Alkohol. Ja, Bro. Also du merkst sofort, okay, da hat er was richtig gemacht, der Spike. Und da wird sich ab jetzt, wird sich besoffen. Hat Giles ein Alkoholproblem? Schlagzeile. Sind wir erst mal in Terras Zimmer, würde ich vorschlagen. Die Damen, also Willow und Tara, haben ihren Wunsch in die Tat umgesetzt. Sie haben sich eine Katze geholt und sie Miss Kitty Fantastico genannt. Und sie suchen sich Kurse für die nächsten Semester aus. Dabei reden sie über ihre Beziehung und ob die Wohnsituation in Zukunft, also wie die aussehen würde. Außerdem spricht Willow ihre veränderte Beziehung zu Buffy an. Beide haben sich verändert. Sie sehen sich seltener. Natürlich sind sie noch eng befreundet, aber auf einer anderen Ebene. Sie verbringen, wie gesagt, weniger Zeit und was im Grunde nur natürlich ist und nicht unbedingt schlecht sein muss für eine Freundschaft, aber das passiert halt. Und das beschäftigt sie. Und danach sind wir erst mal wieder im WG-Zimmer. Oder möchtest du erst mal zu dieser Szene was sagen? Ich finde es irgendwie witzig, dass die sich direkt mal eine Katze angeschafft haben. Weil es ist ja auch schon Verantwortung und kostet Geld und so. Was diese WG-Sache und so weiter betrifft, ja, ist halt so ein Ding. Ich glaube, wenn das das erste Mal passiert mit einem Menschen im Leben, der einem viel bedeutet, so auf freundschaftlicher Ebene oder egal wie, und das geht dann, und jeder geht dann so seine eigenen Wege, dann ist das schon komisch. Also ich glaube, das macht jeder mal so durch, weil man wächst ja eigentlich so auf, dass man sagt, die Freunde, oder wenn man klein ist, sagt man ja, die Freunde werde ich mein ganzes Leben lang haben. Ja, Bullshit. Ja, das stimmt. Also in den wenigsten Fällen passiert das ja so. Man hat vielleicht noch so eine Gruppe, weiß ich nicht, aus Grundschulzeiten oder Gymnasiumszeiten oder keine Ahnung. Ja, klar. Aber es geht ja trotzdem jeder seiner Wege so. Und lebt ja sein Leben. Und man, weiß ich nicht, entwickelt sich ja auch zu einem Menschen erst mal so richtig. Deswegen kann ich da wohl auch schon verstehen, dass die so ein bisschen, ja, so ein bisschen bedröppelt, ist, was das so angeht. Also, dass Buffy halt jetzt Riley hat und bei dem übernachtet und sie ist bei Tara und dass man sich nicht mehr so oft sieht, aber irgendwie ist das auch doof. Und irgendwie ist es aber auch normal. Kann ich voll nachvollziehen. Also finde ich absolut relatable. Okay. Sagen wir es so. Sind wir erst mal wieder in einem anderen Studentenzimmer, denn nämlich im WG-Zimmer. Riley klopft bei Buffy, er hält das Warten nicht mehr aus und wir wissen ja, dass sie ihn ein Gedanke quält und dafür nimmt er dann auch das Risiko und kauft auf dem Unigelände eben entdeckt zu werden. Er will natürlich aus Buffy rauskitzeln, ob was mit Angel lief. Sie will aber im Moment gar nicht drüber reden, was mit Angel war. Und da stachelt Riley, also das stachelt Riley nur noch weiter an und füttert sein Misstrauen basierend auf seiner Unsicherheit und er geht lieber wieder und lässt sie dann zurück. Das finde ich verständlich, ne? Also weil was willst du denn auch anderes denken? Dass er sich erst mal wieder zurückzieht und sie nicht betrennt. Naja, und dass es ihn aber auch unsicherer macht in dem Moment und er vielleicht die Wahrheit auch gar nicht hören will, so wie sie gerade reagiert hat. Ja. Weil am Ende kommt ja nochmal so eine Szene, wo das dazu passt. Stimmt. Deswegen, also kann ich schon verstehen, dass er sich denkt so, warte mal, die hat keine gute Laune, das kriege ich eh nicht so richtig aus ihr raus vielleicht. So gut kennt er sie ja mittlerweile, würde ich mal behaupten. Und gleichzeitig denkt vielleicht auch ein Teil von ihm, will ich eigentlich wissen, was sie bedrückt. Das ist wie auch so ein bisschen eigene Mauern hochziehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut analysiert, ja. Apropos Mauern, wir sind dann in Spikes Kruft und Senda und Anja bringen Spike Soldatenverkleidung für die Infos, die er da Giles versprochen hat. Und was aber auch viel wichtiger an dieser Szene ist, jetzt müssen Sanders Knöpfe gedrückt werden. Und deswegen erfindet Spike eine Unterhaltung zwischen Buffy und Willow, dass Sender sie verlassen will, um zum Militär zu gehen. Und da er sich sowieso richtig unnütz und wenig erfolgreich fühlt, bekommt, also bekommen seine Ängste so einen schönen Triggerpunkt. Ja, ja. Und er fühlt sich, also hat das Gefühl, andere halten ihn für unnütz und dass sie ihn eigentlich loswerden wollen. Nebenbei erfahren wir übrigens, dass Spike nicht mal Schusswaffen auf Menschen richten kann. Nicht mal ertrappen. Was sehr witzig ist. Ja, wie er so denkt, oh, jetzt knall ich dich ab und dann zack. Ich muss hier mal wieder nochmal eine Lanze für Sender brechen, weil eigentlich muss er sich für nichts schämen. Er ist immer der Erste, der in die Schlacht zieht. Er arbeitet sich den Ast ab, um Geld zu verdienen. Er ist eigentlich der Traum des Proletariats. Ein hart arbeitendes Bienchen, das seinen Beitrag leistet. Ja, ich finde auch bisher, also gibt es jetzt nicht so richtig was in der Staffel, wo ich sagen würde, da hat er voll in die Kacke gegriffen oder so. Also, er versucht halt mit seinen Freunden irgendwie Schritt zu halten, die alle studieren gegangen sind, so gefühlt. Er ist der Einzige, der es nicht gemacht hat und also versucht diese Brücke da irgendwie zu überqueren trotzdem und auch Zeit. Ich meine, der arbeitet wahrscheinlich ja auch jeden Tag acht Stunden oder so und dann ist er trotzdem noch am Start. Ja. Also, voll gut. Der hat nicht so eine Lenz-Zeit wie die Studierenden. Ich sage dazu nichts. Gar nichts sage ich dazu. Was auch schön ist, wie er selbst auch laut ausspricht, zu Anja und sie mögen dich nicht. Dass es ihn nervt. Dass sie seine Freundin nicht mit gewissem Respekt auch behandeln. Ich meine, Anja hat sich den Respekt jetzt auch noch nicht so krass verdient. Aber merkst du schon, dass es ihn brummt. Ja, klar. Also, jetzt sind Giles Punkte, Knöpfe gedrückt, jetzt sind Zanders Knöpfe gedrückt. Mal sehen, wessen Knöpfe noch gedrückt werden müssen. Auf jeden Fall sind wir erst mal im Wald und Buffy zieht mit einer Elektroknarre los, die Zander da repariert hatte, auf der Suche nach Edda. Elektroknarre. Und sie trifft auf Forrest und obwohl er sie verachtet, müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten, weil sie dieselbe Höhle auskundschaften wollen, müssen, sollen, dürfen. Sie trifft auf Forrest im Forrest. Entschuldigung. Der hätte auch von mir kommen können. Oh, der musste raus. Tut mir leid, das ging nicht. Mit Forrest im Wald. So. Ja. Forrest redet schon wieder von einer Familie, die immer dünner wird, seit Buffy auf den Plan getreten ist. Also ich finde, der Mann ist ganz schön gehirngewaschen, wenn er echt noch an diesem Familiengedanken festhält. Ja, alles immer so dramatisch formuliert. Er wirft ihr ja sogar weiter vor, Rileys Zukunft zerstört zu haben. Ja, ja. Ist er vielleicht in Riley verliebt? Könnte man vielleicht denken, dass er eifersüchtig ist, ja. Also ist jetzt schon ein bisschen weit gedacht, aber könnte man schon reininterpretieren in gewisser Weise, dass er eifersüchtig ist und versucht sie, sie einfach so so schlecht zu machen, dass sie keinen Bock mehr hat oder keine Ahnung, irgendwie so. Aber, naja, wir werden ja erfahren, was gleich mit Forrest passiert. Ja. Ja. Weil mittlerweile sind sie nämlich in der Höhle angekommen. Und bevor sie sich an die Gurke gehen können oder was auch immer da sonst passiert wäre, ja, Sexual Tension Award, taucht Adam auf und es kommt zum Kampf und Buffy ist unterlegen, wie immer und Forrest wird dann prompt aufgespießt. Buffy kann gerade so entkommen und stürzt aber einen Abhang hinunter und stellt das Ohnmachtsgleichgewicht wieder her, denn Giles scheint diese Staffel ungewohnt wach bleiben zu wollen. Okay, Forrest ist also tot. Das war's mit ihm, ja. Das unrühmliches Ende genommen. Das hatte ich nicht erwartet, dass das da so, weil er sich halt auch so mit ihr streitet und so weiter und dann war das so ein bisschen sang- und klanglos. So antiklimatisch? Ja. Also vielleicht sollte es ja absichtlich auch so sein bei seinem Charakter, was ich mir auch vorstellen kann, aber, ja, kam halt, also hat mich irgendwie unvorbereitet getroffen. Also getroffen hat's mich auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. So hoch. Das passte nicht so. Ach so, in dieser Folge stirbt jetzt jemand. Ach so. Ja. Ach so. Apropos Giles. Mhm. Spike taucht in der Wohnung auf und tut so, als wäre der Initiative gerade so entkommen, wie er so vorspielt, außer Atem zu sein, wo Vampire doch gar nicht atmen müssen. Ja. Liefert er die angebotenen Informationen ab. Willow und Tara sind auch da und sie durchsuchen die Disketten nach nützlichen Informationen über Adam beziehungsweise müssen sie da erst was entschlüsseln. Pipapo. Giles ist schon richtig dicht und genervt. Ja. Und erkundigt sich aber trotzdem noch nach Spikes Verfolgern. Spike. Ja. Ja, ja. Ich finde, es ist Zeit, Willows Knöpfe zu drücken. Ja, natürlich. Er hat sofort bemerkt, wie Tara mit Willows Haaren spielt und er steigt ein damit, dass man munkelt, dass Willow etwas nachgelassen hat, was ihren Beitrag in der Gang angeht. Sie wäre mal versierter mit der Technik gewesen und sie konzentriere sich zurzeit eher auf andere Dinge. Scheren, Aktivitäten. Na. Und, Alter, ich zolle Spike meinen Respekt. Er spricht genau das an, was Willow vor ein paar Minuten in Taras Zimmer erzählt hat. Also, ich finde, der Mann ist ein Künstler in der Manipulation. Chapeau. Irgendwas muss er ja jetzt noch können, wenn er schon die Leute nicht mehr töten kann. Das stimmt, das stimmt. Es sind also alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sehen wir mal, wo uns das hinführt. Ich finde es halt so witzig, dass alle irgendwie auf Spikes Aussagen vertrauen. Die geben da alle was drauf. Hä? Weil das aber auch Probleme sind, die sowieso schon in denen drin sind. Es wird nur laut ausgesprochen. Also, ich finde es aber auch supergeil, wie, also, er braucht ja schon eine gewisse Menschenkenntnis, um sowas ordentlich manipulieren zu können. Also, das finde ich schon interessant, wie zielgerichtet er das hinkriegt auch. Ja, der hing auch lange genug mit denen ab, würde ich mal behaupten. Der ist auch alt genug, um vielleicht mal so ein, zwei Leute manipuliert zu haben. Menschen kennt er wohl mittlerweile. Okay, zurück unsere Lieblingsmilitärbasis. In der Initiative scheinen die Dämonen in den Zellen etwas aufgebracht zu sein. Sie verhalten sich aggressiver als vorher. Etwas scheint sie anzustacheln. Und es werden immer mehr. Die Zellen werden bald voll sein. Hm, wer da wohl dahinter steckt? Außerdem erfährt man noch, dass er in Außenteam angegriffen wird. Und Riley kriegt das über Funk mit aus seiner Ruinenhöhle. Und weil er eine gute Seele aus Iowa ist, kann er da nicht einfach untätig bleiben. Und eilt zur Hilfe. Und Sandra, auf wen trifft er da in den Gassen der Stadt? Auf so, da ist dann so ein Typ. Der hat so einen Mantel an. Und so dunkle Haare und dunkle Augen. Und der stand sonst immer so creepy in Ecken und hat Buffy so angestarrt. Ach, hier der Stalkerboy aus Staffel 1, ja? Ja. Der ist am Start. An den kann ich mich erinnern. Und Riley fragt sich, was will der hier? Warum greift er hier die unschuldigen Soldaten an? Ist er etwa wieder böse, der Angel? Schnell wird sich vorgestellt. Angel weiß ja schon, wie der aussieht, weil er hat Biley schon mal versteckt im Café beobachtet, der alte Stalkerboy. So. Und der Testosteronspiegel steigt auf ein unerträgliches Level. Der muss erst mal abgebaut werden. Also wird sich klassisch, männlich, grundlos auf die Fräsen gegeben. Ich habe nur aufgeschrieben, oh je. Einfach nur so, ja, jetzt kommt, bringt es hinter euch. Raus damit. Und dann ist gut. Aber es wird ja noch besser. Was schön ist, ich finde den Kampf schön choreografiert. Wie sie dann auch einen kleinen Szenenwechsel machen auf diese Plattform da. Das war ganz cool gemacht. Beide müssen den Kampf dann aber unterbrechen, als Verstärkung der Initiative eintrifft. Und sie gehen auseinander und verschwinden. Schnitt ins WG-Zimmer. Buffy kommt gebeutelt zurück nach Hause. Also sie ist von der Ohnmacht aufgewacht und sie ist nach Hause gestapft. Und will sich eigentlich nur ihre Wunden lecken. Da klopft aber Angel an der Tür. Und sie bemerkt seine, er bemerkt ihre Verletzungen. Beide tun so, als wäre das nicht der Rede wert. Obwohl das bei Angel vielleicht nicht so der Wahrheit entspricht. Angel will das Gespräch, das sie in L.A. geführt haben, zu Ende führen. Aber er wird von Rayleigh unterbrochen, der sich vom Kampf mit ihm gerade noch auf den Beinen halten kann. Aber Rayleigh hat seine Penisverlängerung mit Kugeln im Magazin dabei. Dieser Shot, wie auf die Knarre. Der ist stark, der Shot. Alter, bist du halt null von der Serie gewöhnt, dass du auf sowas fokussierst. So eine Nahaufnahme von so einem Pistolenlauf. Und da ist so, yo, was geht denn jetzt ab? Frischer Gangsterstreifen jetzt hier. Ja. Und da dämmert es Buffy. Ist Angel nur gekommen, um Rayleigh auf die Mütze zu geben. Und es ist wohl noch genug Testosteron da, um sie weiter die Visagen einschlagen zu lassen. Ja. Und da muss die Jägerin, die natürlich stärker ist als beide zusammen, wohl dazwischen gehen. Und ich liebe das, wie sie beide mit Leichtigkeit auseinanderdrückt und dann noch droht, beide ins Krankenhaus zu prügeln. Ist auch nur richtig so, ja? Also es reicht jetzt hier. Und Angel, der Älteste im Raum, der wie ein kleiner Junge meint, dass Rayleigh den Streit angefangen hat. Er hat angefangen. So gut. Oh, herrlich. Ja, ja. Buffy will dann allein kurz mit Angel reden, aber Rayleigh bleibt stur und sagt, er verlässt den Raum nicht. Ja, dann gehen die beiden halt vor die Tür. Den Blick, den die sich zuwerfen. Also Buffy und Angel in dem Moment so, ja, okay, dann gehen wir halt raus. So ohne was zu sagen. Herrlich, herrlich. Und Rayleigh so, ich bleib hier stehen. Ja. Aber was ich ... I'm not moving a muscle, oder so, sagt er. Genau. Was ich richtig unsympathisch finde, ist aber dieser gehässige Blick, den Angel ihm dann noch zuwirft. Ah, ja. Die strotzen da jetzt beide nicht vor Sympathie, ne? Beide nicht, ja. Nee. Draußen auf dem Gang wird dann geklärt, was noch geklärt werden muss, ne? Und wir haben es in der Vergangenheit ja schon mal angedeutet, bei Angel wirkt Buffy immer mega unsympathisch und rechthaberisch und wie ein Fremdkörper. Und hier ist es wieder komplett anders. Ja. Hier ist wieder Angel, der, der, ne, so unterwürfig ist. Und unterwürfisch. Und Angel gibt zu, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er sich wegen dem, was er gesagt hat, schlecht fühlt. Mhm. Ich persönlich finde nicht, dass er sich schlecht fühlen sollte. Er hat ja nur gesagt, was gesagt werden musste. Ja, also, als wir die Angel-Folge geguckt haben, ich fand auch Buffy richtig anstrengend, ey. Ja. Boah. Also, ich fand das, das war echt unangebracht, was sie da teilweise für Sätze rausgehauen hat. Ich will jetzt nicht irgendwie zusammenfassen oder so, aber da war sie wirklich unsympathisch in der Folge. Ja. Und, also, ich kann schon, es passt aber auch zu Angel, dass der noch mal, finde ich, dass er noch mal zu ihr geht und sagt, ey, da habe ich vielleicht auch ein bisschen in Wut gesprochen oder so. Und vielleicht tut es ihm auch eher so ein bisschen leid, wie er sich ausgedrückt hat, anstelle davon, was der Inhalt war. Also, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, einfach, um vielleicht auch ein bisschen die Laune wieder zwischen den beiden zu neutralisieren. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Finde ich schon okay. Ja, das Gespräch endet ja auch mit einem versöhnlichen Schmunzeln, ne, als er meint, ne, ich, warum, warum bist du hier? Na, ich wollte alles wieder gut machen. Und eigentlich hat er es ja nur noch schlimmer gemacht. Beim nächsten Mal rufe ich an. Genau. Angel bittet um Verzeihung und sie haben ein letztes klärendes Gespräch, ne, ist halt auch wieder ein bisschen Meta, ne, sie leben in unterschiedlichen Welten, Schrägstrich Serien und treffen unabhängige Entscheidungen. Buffy sieht ein, dass sie sich nicht hätte einmischen sollen in die Kiste mit Faith. Und sie gehen versöhnlich auseinander und, äh, genau, das war's. Angel kann aber nicht gehen, ohne noch mal zu verdeutlichen, dass er Riley nicht mag. Mhm. Das fand ich aber eigentlich ganz sympathisch irgendwie. Ja, auch wie Buffy dann sagt, ne, danke dafür. Ja, ja, ich fand das ganz cool. Also, es war dann halt einfach ehrlich, aber nicht so, so, so gefühlsbetont von wegen, der ist scheiße, du darfst nicht mit ihm und so, sondern einfach nur, ja, ich finde ihn halt nicht so geil. Genau, ist auch einfach komplett nachvollziehbar, warum er nicht geil findet, weil es einfach der neue Freund der Ex ist. Genau. Und jetzt steht ein Gespräch mit Riley an. Der wartet quasi darauf, abgesägt zu werden. Ja. Es gibt aber noch, gibt aber noch ein kurzes Intermezzo bei Adam. Spike hat sich zur Feier des Tages betrunken, stolziert siegesicher in die Zentrale und er stellt selbst den Titeltextbezug her und nennt seine Operation den Yoko-Faktor. Mhm. Adam kennt die Beatles und sein Lieblingssong ist Helter Skelter. Und das überrascht Spike überhaupt nicht. Das Witzige ist nämlich, ähm, Charles Manson war ja Beatles-Fan. Und hat behauptet, in besagtem Song versteckte satanische Botschaften zu erkennen. Ach, das war der Song. Helter Skelter. War das auch der, den man rückwärts hört? Kann ich dir nicht sagen. Aber irgendwie so, ne, hat er sich so auf diesen Song versteift und das ist ganz witzig, dass Adam den auch geil findet. Na, weil es gibt doch das eine Album von den Beatles, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, was man rückwärts hört. Und angeblich kann man da auch satanistisch irgendwas Ja, aber vielleicht würde es das sein. Das geht mir zu tief. Und, äh, da sind die doch alle so drauf abgegangen, damals, also in Hippie-Zeiten und so. Das passt da rein, dass das ist, also ich will mich jetzt nicht drauf, ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber das könnte das sein, was ich da... Man, man korrigiere uns gerne. Ja, bitte. Wenn ich, wenn ich rückwärts gespielten Song höre, fällt mir immer nur die Simpsons-Folge ein. Join die Amy, äh, die Army. So. Ähm, Adam meint zum Schluss noch, äh, dass er noch eine Sache von Spike benötigt. Das erfahren wir jetzt, erfahren wir aber jetzt nicht. Hm. Zurück, zurück zu Biley. Ähm, Riley wird entgegen seiner Erwartung nicht abserviert und Angel und Buffy haben auch nicht miteinander geschlafen, auch wenn Xander sowas angedeutet hat. Und da kommt, da kommt Buffys Reaktion, die im Englischen so geil ist. Ich weiß gar nicht, was sie im Deutschen sagt, aber Xander, oh, he's the deadest man in Deadonia, ist ja mega witzig. Ja. Ich find's auch witzig, dass, ähm, Buffy sagt ja, das war nicht angelost, das war halt Angel und er so, ach so, das ist die positive Variante von ihm so. Das ist, das fand ich auch sehr witzig. Er ist halt davon ausgegangen, dass das die seelenlose Version von Angel ist. Okay. Also ja, er ist ziemlich grüblerisch drauf und auch, war da vielleicht jetzt auch nicht in der besten Laune, aber ich glaub, ein Vampir ohne Seele ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Sagt das Riley, nicht mehr. Ah, herrlich. Okay, also es ist alles wieder gut zwischen den beiden, aber ihm trifft eine andere Info, eine andere harte Info, denn Forrest wurde von Adam getötet. Mhm. Äh, er möchte damit allein sein und geht. So, die Folge hat aber noch sieben Minuten und wir wollen ja sehen, wie Spikes Arbeit Früchte trägt. Deswegen geht's nochmal in Giles Wohnung. Och. Buffy sucht die Gang auf, alle sind da, ne? Willow versucht weiterhin, die Informationen zu entschlüsseln und da entfaltet sich das perverse Spiel des blondierten Untoten. Giles ist breit wie meine Oma zur Jugendweihe meines Cousins. Anja möchte sich für Sender stark machen. Alle scheinen etwas angespannt und Buffy versucht so einen Plan zu erstellen, aber die anderen sind gar nicht mehr bei ihr. Und dann lässt jeder und jede mal raus, was ihm und ihr auf der Seele brennt. Sender wird nicht ernst genommen, sie halten ihn für nutzlos. Willow sei keine gute Freundin, übrigens ein wiederkehrendes Thema der Sendung. Giles hat keine Aufgabe in der Gruppe und als Mentor versagt. Und betrunken Giles ist für einen guten Gag nach dem anderen verantwortlich. Zum Beispiel, wie Sender ihn Alfred nennt, also den Butler von Batman. Ja. Und er korrigiert ihn aber, nee, Alfred hat einen Job. Ey, Giles ist in der Szene einfach, du bist so ein bisschen erschrocken, dass er wirklich so besoffen ist, weil er fällt ja dann auch noch um. Ja, ja. Also er fällt so aus dem Bild dann einfach raus. Und er will sich auch an den Tisch hinsetzen, verpasst den Stuhl und zack, boom. Und aber die Sprüche, die ein betrunkener Giles von sich gibt, ey, perfekt. Also wirklich. Wie auch Sender in irgendeinem Zusammenhang, ne, in diesem Militärding von Fort Dix redet. Fort Dix. Und er freut sich über das Wort Dix, ey. Oh Mann. Mit dem mal so in Pappenabend und dann sich schön betrunken, ey. Richtig guter Abend. Buffy. Stimmt. Buffy versteht die Welt nicht mehr. Aber die Konflikte an sich waren ja schon vorher da, ne. Nur wurden sie nicht angesprochen. Und jetzt durch Spike kommen sie eben geballt raus. Ein paar Dinge kommen ans Licht. Willow outet sich. Und so erfahren es Giles und Sender. So in dieser Streitsituation. Deswegen musste ich lachen, weil Sender so geil reagiert. Ja, Tara ist ja Girlfriend. Kommen wir gleich dazu. Und schön auch, wie Anja und Tara sich ins Badezimmer verziehen, solange der Streit anhält. Und da habe ich tatsächlich gelesen, während die in Bad sind, hört man die ja auch draußen streiten. Und das ist gar nicht der Streit aus dieser Folge. Das ist einfach das Soundpfeil von dem Streit über die indigenen Völker aus Pangs. Ja, auch geil. Hä? Hä? Ist ja übelst sinnlos. Warum nicht den Ton drauf? Hä? Okay. Keine Ahnung. Und wie wir schon erwähnt haben, während Giles erst an der Tischkante abrutscht und vom Stuhl fällt, geht er dann mitten im Streit nach oben und will pennen gehen. Schmeißt da einen Pulli runter aufs Hände. Er hat halt einfach eine Krise. Das muss man ihm jetzt auch mal lassen. Und so. Das ist jetzt halt nicht so schön. Und als Willow dann zum allerersten Mal von Tara als ihrer Freundin redet, hört man halt von oben nur ein Bloody Hell. Oh Mann. Genau. Und Senders Reaktion ist auch geil. Tara ist your girlfriend? Ja, also er redet ja dann so. Und Willow wird nur total genervt. Ja, ja. Er redet ja dann so weiter und dann mitten im Satz und da bricht er sich noch mal selber so. So, was habe ich gerade gehört? Ach ja. So gut. Okay, Lirum Larum. Spike hatte also Erfolg. Mhm. Sandra, die Gruppe ist quasi entzweit, entviert, entfünft. Sandra, was macht das mit dir? Ja. Das kotzt mich extrem an, ja. Aber das gehört ja auch dazu und es war auch mal wieder an der Zeit. Mhm. Also dumm das klingt, aber wie du schon gesagt hast, irgendwer sagt doch auch, ich habe mir aufgeschrieben, things have been wrong for a while. Klar Willow sagt den, ne? Mhm. So als Bafi sagt, was ist jetzt auf einmal mit euch los? Und da sagt sie den Satz, so von wegen, naja, das ist halt nicht seit heute so. Und ich finde, das ist so schön unterschwellig in der Staffel aufgebaut worden, ne? Man merkt es gar nicht so richtig. Also ich habe auch nicht so den den Fokus drauf gehabt. Klar macht jeder so sein Ding und dann als Einzige, wo ich so dachte, oh, jetzt könnte es vielleicht in die Hose gehen, war das mit der Initiative, als Bafi da so so angefangen hat, mit denen zusammenzuarbeiten, als es auch noch die Walsh gab und so. Dann hat es sich ja wieder so ein bisschen beruhigt. Also so, die Gemüter haben sich so ein bisschen beruhigt, aber am Ende sind die Probleme ja doch alle da und eben nur nie ausgesprochen worden. Und wie es halt manchmal so ist bei einem Streit, dann haust du dir eben alles um die Ohren und jeder will was sagen. Und ja, nicht so schön das Ganze, aber... Aber es ist halt auch ein wichtiger Aufbau fürs Finale der Staffel, ne? Ja, und ich meine, also es gehört ja irgendwie auch zum Erwachsenwerden dazu, auch sowas dann anzusprechen und auch mal durch sowas durchzugehen. Durch, durch, wenn sich Leute entzweien in irgendeiner Art und Weise, dass man, also da kann man schon sauer sein, wenn, wenn man unfair behandelt wird, aber am Ende, also solange man jetzt Leute nicht einfach komplett im Stich gelassen hat, so passiert es halt manchmal auch. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie es dann auch... Ich meine, die werden sich schon wieder zusammenraufen, dann im Finale, ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus. In irgendeiner Form werden die sich, wenn die ein Team-Up machen, aber wie es danach dann aussieht... In vergangenen Streit, also einer meiner Lieblingsstreite ist ja der, wo Buffy gerade zurück ist, in Sunnydale, diese Party mit den Untoten und sie sich da richtig, richtig verbal die Kante geben und dann bricht aber eigentlich, bricht die Hölle wieder aus und dann sind sie alle wieder, dann müssen sie wieder zusammenarbeiten und danach verzeihen sie sich alle wieder. Weil wenn es hart auf hart kommt, dann gehören die halt zusammen. Dann arbeiten die. Ja. Das mag ich sehr an dieser Gruppenbeziehung. Ja, mal gucken, was das jetzt aus denen macht. Es gehört halt auch... Also gefühlt, manchmal muss man sich halt auch einfach mal kurz was an den Kopf werfen und dann geht es auch wieder. Also so sollte, finde ich, Beziehungen jeglicher Art auch mal funktionieren. Man kann ja mal was falsch machen oder keine Ahnung, dann sagst du das der Person und dann wird drüber geredet und dann ist man vielleicht mal ein bisschen sauer und dann geht es aber auch wieder. Ja. So. Buffy verlässt die Gruppe, alle sind angepisst, sie will zurück zu Riley, weil sie meint, auf den könnte sie sich verlassen. Schnitt zu Adam. Da taucht Riley auf einmal bei Adam auf und der scheint ihn auch zu erwarten. To be continued. Was ein Cliffhanger. Wie geht es nur weiter? Sandra, woraus spekulieren sie? Okay. Also, ich weiß, jetzt wird was von mir erwartet, aber ich bin übelst ratlos. Warum geht denn Riley zu Adam, Sandra? Naja, also ich meine, Adam hat ja angedeutet zu Spy, jetzt fehlt nur noch eine Sache und dann, äh, und als auch, ähm, Buffy von, von, was hat sie denn da erzählt? Ach, genau, da hat sie erzählt, dass sie nicht mit, mit Angel geschlafen hat und dann erzählt sie, dass Forrest ermordet wurde, getötet wurde und dann steht er ja einfach so auf und geht und das fand ich irgendwie weird. Also, vielleicht hängt das damit ja auch schon zusammen. Ich weiß noch nicht genau, wie jetzt, wie sie ihn jetzt manipuliert haben. Also, also, Also du meinst, Riley wurde irgendwie manipuliert? Ja, so, so, so kam es rüber, dass das jetzt nicht sein, sein, ähm, eigener Wille ist, mhm, sondern dass er irgendwie gesteuert wird. Ah ja, okay. Aber ich, ich hab, ich kann dir nicht genau sagen, an welcher Stelle, äh, er, was weiß ich, eine Spritze gekriegt hat oder so, vielleicht als er da in der Zelle eingesperrt war oder sowas. Keine Ahnung, da fällt mir halt nichts ein, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so stimmt oder ob er einfach sich so denkt, keine Ahnung, jetzt muss ich jetzt, oder, oder er ist halt der heroische Typ, der sich praktisch, was heißt, dem Kampf stellt, aber der jetzt zu Adam geht und sagt, hier, äh, wir kämpfen jetzt, du Arsch, hast Forrest umgebracht und dann kriegt er wahrscheinlich die nächste Folge aufs Maul, wenn's so ist und dann kommt Buffy und rettet ihn. Also, das wäre noch eine Idee oder aber, keine Ahnung, ich soll ja, ich soll ja verrückte Sachen sagen. Alles, hau alles raus. Könnte ja auch sein. Ein Stück von, von Adam ist eigentlich seine Blutsverwandtschaft. Und vielleicht kann man darüber, naja, es gäbe ja ein Stück Mensch in dem Adam drin, so. Ähm, vielleicht ist das ja irgendwie, dass sie da eine Verbindung haben, weil ja auch Walsh gesagt hat, wenn ich mich recht erinnere, dass sie Brüder sind. Oder er hat's gesagt? Adam hat gesagt, sie sind Brüder. Da bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen. Weil er sagte, wir sind beide von Maggie Walsh erschaffen worden. Ja, okay, aber also vielleicht kommt ja dann auch noch weiter gedacht, so ein Ding von wegen, weiß ich nicht, er ist, er ist, äh, ein Test-Tube-Baby, also aus dem, aus dem Reagenzglas großgezogen und eigentlich, also, weißt du, hat gar keine normale Familie in Iowa, sondern das ist einfach in seinen Schädel gepflanzt worden. Vielleicht ist er ja ein Experiment. So was gibt's ja auch noch. Pfff. Geil, geil, so was wollen wir hören. Warte, was fällt mir noch ein? Ja, ey, seit ich klein bin, also ich bin ja auch mit Geschichten aufgewachsen, ne, also ich kann ja da ordentlich Ideen entgegenknallen. Gib mir ein paar Minuten. Ähm, so. Ja, die Ideen kämen mir so in den Sinn. Das ist wahrscheinlich von, vielleicht ein bisschen nah dran, bis zu völlig abstrus alles dabei. Aber, bin gespannt, was am Ende rauskommt. Aber mein erster Instinkt war, oder mein erster Gedanke war, dass er nicht aus freien Stücken hingeht, sondern dass er irgendwie gesteuert wird. Okay. Also, das war so die größte Idee. Der Beginn der nächsten Folge ist einfach so ein kleiner Song. It was Agatha all alone. Ja, natürlich. Das kann natürlich auch sein. So. Okay, Sandra. Ja. Wie viele Testosteronfäuste bekommt die Folge? Ich freue mich immer wieder über die Bepunktung, also was ich dieses Mal vergeben darf. Also, ja, eine Dreieinhalb. Oh ja, okay. Weil, es hat, es hat den Plot vorangebracht. Es haben sich jetzt alle zerstritten, also das Bike hat das gut gemacht. Es war lustig, weil Giles besoffen war. also es hatte auch wieder seine, seine humorvollen Momente. Dass Angel dabei war, fand ich cool. Aber es war nicht so, hm, also, ja, also Forrest hat mich jetzt nicht so gecatcht. Es tut mir leid um Forrest, aber, also, über den wusste ich ja die ganze Zeit nicht so viel. Deswegen hat, hat man mir den emotional nicht so näher bringen können. Und deswegen hat mich das nicht so, also es tut mir jetzt nicht so leid, wenn man das so sagen kann. Deswegen, ja, also es hat den Plot vorangebracht. Und ich bin gespannt, was im Finale passiert. Also es ist ja dann wahrscheinlich ein Zweiteiler, schätze ich mal. Und jetzt ist vorbereitet, was dann im Finale kommt. So. Und der Cliffhanger war natürlich nice. Ja. Bin gespannt. Also hat viel vorbereitet, finde ich. War wieder so eine unterhaltsame, gute Vorbereitungsfolge. Und halt Angel, der kurz sich mal geprügelt hat mit Riley und dann war es wieder gut. Bisschen, bisschen Crossover noch. dieser Teil wirkt auf mich immer so fremd. Also wir wussten jetzt nicht, was machen wir noch mit Buffy, weil, ne, sie musste ja erstmal aus dem Weg sein, damit Spike die ganze Zeit die Scoobies bearbeiten kann. Und dann am Ende kommt Buffy dazu. Ja. Aber vielleicht können wir irgendwie noch einen Konflikt mit Riley erschaffen. Ach ja, stimmt, da war ja noch das mit Angel. Ja, eben. Vielleicht bringen wir den nochmal rein und so. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also das wirkt so wie zwei Geschichten in eine Folge gepackt. Ja. Und also, man kann ja immer den Test machen, so von wegen, ist es relevant für den Plot und du hättest die Folge auch ohne Angel machen können. Einfach nur, dass Buffy halt sich komisch verhalten hat und dass Riley deshalb unsicher geworden ist und so weiter und so fort. Deswegen, ja, also es war schon cool, ihn auch nochmal zu sehen. Ich finde es eigentlich schön, dass in einer Staffel so viel nochmal hin und her getauscht wurde. Weil, keine Ahnung, man kennt es ja hier von den DC-Serien, dass die dann ein so großes Event in der Staffel machen und vielleicht nochmal einer vorbeikommt, so in einer Folge, in einer Szene. Da fand ich das schon ganz cool, dass dann mehrfach und dass das halt auch mit Faith nochmal weitergeführt wurde und hier irgendwie am Rande noch so zu einem Ende gebracht wurde, was bei Angel passiert ist. Ja. Zwischen Buffy und Angel. Es war schon okay. Opa. Ja. Apropos Angel. Ja. Wie fandst du die Folge? Also 1x20 Warzone? Also, na das, ja, ich weiß nicht so recht, also du hast mir das ja so ein bisschen verraten, dass da eine Figur eingeführt wird, die dann dabei ist, so. Verraten, hallo? Das verriert die Folge an sich schon. Ja, Ich habe nur gemeint, mhm, mhm, das wirkte hier, als wird ein neuer Charakter eingeführt. Also ja, ich, ich fand, ich finde es ganz schön, dass darauf eine Folge verwendet wurde, weil ich, ich mag das ganz gerne, wenn das so passiert und nicht einfach nur einer vor der Tür steht und sagt, moin, ich habe ein Problem und dann ist der plötzlich irgendwie Teil der Geschichte so, weißt du wie? Mhm. Ähm, deswegen fand ich das ganz nett, aber die Folge davor kann es nicht toppen. Nee, ne? Also da, da stinkt die auch total gegen ab. Ja. Na gut. Okay. Wir freuen uns aufs Finale, oder? Mhm. Ich bin sehr gespannt. Leute, also das Finale rückt näher, unsere Aufnahme rückt auch näher und die Staffelgala rückt auch näher. Also wir freuen uns über Einsendungen, über, über Liebesbriefe, über, ähm, Geldgeschenke. Oh, ja. Aber vor allem über Aufnahmen. Schickt uns einfach, wie doof ihr Riley findet oder wie, wie schlecht die Folge jetzt, oder wie schlecht diese Staffel von uns jetzt geworden ist, und ist qualitativ, weil es ist ja auch nur die vierte, nicht die dritte Staffel. Was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Okay, ich, äh, ich verabschiede mich. Ich mich auch. Tüdelü. Grrr. Arrg. und verabschiede mich. üi- BURR Bis zum nächsten Mal.